Ich bin ein Genuss für alle Sinne. Bei mir findest du kulinarische Höhepunkte in unverwechselbaren Kulissen. Oder das UNESCO-Weltkulturerbe, das Landwasserviadukt, Kulturgut zum Rüberfahren. Ich bin auch so etwas wie ein grosser Garten, in dem besondere Delikatessen wachsen. Und bin voller wunderbaren Geräusch. Oder ganz ruhig. Das bin ich. Ich bin der Park Ela. Ich bin ein Bündner Park. Und ich bin ein Bündner Park. Ich bin ein Bündner Park. Vielen Dank.